Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, Mitbestimmung ist ein wesentlicher Faktor für den betrieblichen Frieden und damit auch für die Produktivität unserer Unternehmen. Als ehemaliger stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender eines drittelparitätisch mitbestimmten Unternehmens kann ich davon einiges erzählen. Für mich ist Mitbestimmung für das Gelingen unserer sozialen Marktwirtschaft absolut mitverantwortlich und gehört dazu. Wenn Sie das mit gelungener und schöner Rede gemeint haben, dann danke für den Applaus. Durch die Unternehmensmitbestimmung spiegeln sich im Aussichtsrat nicht nur die Interessen der Anteilseigner, sondern auch die der Arbeitnehmer wieder. Durch das Drittelbeteiligungsgesetz – wir haben schon einen Teil davon gehört – werden ab einer Unternehmensgröße von 500 Mitarbeitern ein Drittel des Aufsichtsrates durch Arbeitnehmer besetzt. Ab 2.000 Mitarbeitern kommt das Mitbestimmungsgesetz von 1976 zur Geltung. Danach besteht der Aufsichtsrat je zur Hälfte aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Dazu kommt noch die Montanmitbestimmung von 1951, die unter einer unionsgeführten Bundesregierung – das darf ich an der Stelle auch deutlich noch einmal sagen – unter einer unionsgeführten Bundesregierung eingeführt wurde. Die Basis unserer Mitbestimmung ist, dass diese Einigung nicht nur für Unternehmen der Montanindustrie, Bergbau-, Stahl- und Eisenindustrie ein Meilenstand, sondern für die Mitbestimmung generell. Insofern kann man dieses hier auch deutlich einmal so erwähnen. Natürlich, neben Ihrem Heute komme ich jetzt auch darauf. Nach wie vor gilt für diese Unternehmen eine paritätische Mitbestimmung im Aufsichtsrat ab einer Betriebsgröße von 1.000 Mitarbeitern, beispielsweise bei der Salzgitter AG in meinem Wahlkreis. Lassen Sie mich jedoch einen Blick auf die Ursprünge der aktuellen Gesetzgebung werfen. Bevor das Parlament über das Mitbestimmungsgesetz im Februar 1976 abstimmte, ging dem ein Diskussionsprozess aus acht Jahren voraus. Danach kam eine Phase von zwei Jahren, wo der Ausschuss für Arbeit und Soziales über dieses Thema diskutiert hat. Das war der gesellschaftlichen Bedeutung dieses Themas angemessen und führte zum Ende des Dialoges dazu, dass das Mitbestimmungsgesetz mit großer Mehrheit hier im Deutschen Bundestag entsprechend auch eingeführt wurde. Ziel muss es auch heute sein, einen solchen nachhaltig tragfähigen Kompromiss zu finden. Das kann Politik nicht allein, sondern nur mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern zusammen. Dass es sinnvoll war, die Diskussion und die Mitbestimmung ausgiebig zwischen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu diskutieren, beweist die lange Lebensdauer der Vereinbarung von 1976 bis heute. So etwas lässt sich eben nur mit einem Kompromiss erreichen und nicht mit kurzweiligen Mehrheiten. Unter Bundeskanzler Schröder wurde die zweite Bienenkopfkommission ins Leben gerufen. Von Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde sie nach der Wahl nochmals bestätigt. Deren Aufgabe war es, Vorschläge für eine moderne und europataugliche Weiterentwicklung der deutschen Unternehmensmitbestimmung zu erarbeiten. Damals im Jahr 2006 konnten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht einigen. Die Politik hat damals bewusst davon abgesehen, die Köpfe der Konfliktparteien über die Köpfe der Konfliktparteien zu entscheiden. So war es letztendlich auch gut, dass man so verfahren ist, weil dieses Mitbestimmungsgesetz, was daraus entstanden wäre, wäre möglicherweise auf einem Fundament gebaut worden, was nicht allzu lange gehalten hätte. Die Gründe für das Scheitern der Kommission werden von den Beteiligten je nach Perspektive ganz unterschiedlich bewertet. BDI und BDA hatten sich vorgenommen, die paritätische Mitbestimmung in den Aufsichtsräten auf ein Drittel herunterzufahren. Der Status quo seit 1976 war natürlich der, dass die Arbeitnehmer in den Unternehmen ab 2000 Beschäftigten paritätisch beteiligt waren. Ich kann durchaus verstehen, dass das Angebot der Arbeitgeber nicht auf Anhieb überzeugt hat, was damals abgegeben wurde. Von daher war eigentlich von vornherein klar, dass wenn die Arbeitgeberseite auf ihren Extremforderungen beharrt, dass dann kein Kompromiss gefunden werden würde. Das betraf auch andere Verhandlungsbereiche wie die Einordnung von Unternehmen mit ausländischer Rechtsform. Leider muss man feststellen, dass die Kommission ergebnislos blieb. Zumindest die Professoren Kurt Biedenkopf, Helmut Wissmann und Wolfgang Streeck haben einen Bericht abgegeben. In dem Bericht heißt es, allerdings erscheinen verschiedene Anpassungsmaßnahmen geboten, um der wachsenden Mobilität der Unternehmen und ihrer Internationalisierung sowie veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen auf europäischer Ebene gerecht zu werden. Wohl gesagt, es ist 2006 gewesen und diese Feststellung liegt nun also zehn Jahre zurück. Dass wir uns auf den bestehenden Regeln nicht ausruhen dürfen, zeigen auch die wissenschaftlichen Entwicklungen, die wirtschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre und die nach dieser Kommission entsprechend gewesen sind. Im Zuge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise hat sich einmal mehr gezeigt, dass die Mitbestimmung in Unternehmen keinen Nachteil im internationalen Wettbewerb darstellt. In unsicheren Zeiten ist die Verlangs aus Arbeitgebern und Belegschaft ein Garant für die Stabilität. 2009 ist es auch wieder schönes Reden, keine Frage, aber das ist nun mal so gewesen und das haben wir auch festgestellt in der Finanz- und Wirtschaftskrise. Die Sozialpartnerschaft ist der prägende Baustein für die soziale Marktwirtschaft und damit für den Erfolg Deutschlands. Es bleiben natürlich auch die Herausforderungen rund um die Internationalisierung und die Europäisierung von Unternehmen bestehen. Unser Mitbestimmungsmodell muss auch für Unternehmen mit ausländischer Rechtsform in Deutschland gelten. Aus meiner Sicht betrifft dieses insbesondere die Mitbestimmung bei den europäischen Aktiengesellschaften. Auch ich sehe hier Handlungsbedarf. Die europäische Initiative der Ein-Personen-Gesellschaft beispielsweise, die auch Nachteile für die Mitbestimmung mit sich gebracht hätte, konnten wir in dieser Legislaturperiode zunächst aufhalten. Dankend weise ich auf den Entschließungsantrag hin, den wir hier im Bundestag einstimmig beschlossen haben. Ihr vorliegender Antrag, liebe Grüne, macht allerdings den zweiten vor dem ersten Schritt. Dass wir losgehen müssen, darüber sind wir uns auf jeden Fall einig. Dafür müssen wir Arbeitgeber und Arbeitnehmer allerdings an einen Tisch bekommen. Ich halte es für zielführender, wenn eine Mitbestimmungskommission das Fundament für eine politische Entscheidung schafft. Denn nur wenn die Sozialpartner einen Konsens erarbeiten, besteht die Gewähr, dass eine lang akzeptierte gesetzliche Regelung auf den Weg gebracht wird. Ich möchte auch auf einen weiteren Punkt eingehen, der im ersten Moment vielleicht nicht gleich mit dem Thema Mitbestimmung in Verbindung gebracht wird. Die Digitalisierung hat Auswirkungen auf fast alle Bereiche unseres Lebens und so auch auf den betrieblichen Alltag. Ein Blick ins Silicon Valley und auf die Gründerszene hier in Deutschland und in vielen anderen Ländern zeigt, was für innovative Geschäftsmodelle dort ihren Anfang nehmen und weltweit Verbreitung finden. Neue Geschäftsmodelle haben erfahrungsgemäß enorme Auswirkungen auf bestehende Strukturen. Damit sind für die Unternehmen erhebliche Chancen verbunden, gleichzeitig aber auch Risiken. Es wird deutlich, dass wir uns in einer Zeit befinden, in der sich unsere Arbeitswelt so schnell verändert, wie die Intelligenz der Rechnersysteme. Damit verbunden auch unsere Arbeit und unsere Arbeitswelt. Das hat auch etwas mit unserer Unternehmensmitbestimmung zu tun. Nicht nur in wirtschaftlichen Krisenzeiten, sondern auch bei starken strukturellen Veränderungen kommen die Vorteile der Mitbestimmung zur Geltung. Wenn ein Unternehmen sich fit für die Zukunft machen will, dann muss es seine Beschäftigten mitnehmen und motivieren. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind zwei Seiten derselben Medaille. Es braucht den Dialog, um Antworten auf Herausforderungen zu geben, vor die uns die Digitalisierung und die Transformation von Unternehmen stellen. Es braucht den Konsens, um die Erfolgsgeschichte der Mitbestimmung vorzuschreiben. Lassen Sie uns daran arbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt hat als nächste Rednerin Jutta Hellmann für Die Linke das Wort.